Aber trotzdem, ich kenn's immer wieder. Mein Kopf sagt selber auch, ich kann nicht pennen. Ha, ich spiel auf der PS4. Schon wieder, ja. Eigentlich immer noch. Geil, jetzt hab ich meine Kamera in die Feste gefahren. Super. Muss ich mal eine neue suchen. Ah, okay, er wollte mich nur testen. Also, aber wenn ich jetzt gleich will ich die aller nächste Frage kommen, dann sag ich, wir spielen will nicht auf der Nintendo DS. Spielt ihr GTA? Ja, sicher. Ja, GTA spielen wir ja, ist richtig. Ja, auf der Sega oder? Nee, auf der Nintendo NES. Ja. 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 So, Gus, was meinst du, sollen wir uns auf Trevors Flugplatz treffen, dann werden wir wenigstens ein bisschen auslaufen. Dort hinten, ja, na gut, ist gerade dort hinten, naja. Dort hinten, Tahiti. Okay, also wenn du jetzt wirklich auf PS4 zockst und du auch GTA zockst, darf ich dir eine Freundschaftsanfrage schenken? Ja, natürlich darfst du das Ganze gerne machen. So, wenn der Nick halt ein bisschen anders ist wie dein PS4-Nick, dann sollte doch der Twitch-Name mit dazustehen, damit das für mich einfacher hält. Black Screen, ich hasse es. Du musst ja mal einen Stecker reinstecken, Mensch. Der steckt auch nicht schön drin in der Stecker. Das mit dieser Band ankläben. Ne, das ist völlig an der Buchse, an der Plastik. So Jungs, ich bin raus. Jo. So, Exel, Hauwinski. Tschüchen. Schlafenshut und so, ne? Na ja, hier hoch. So, danke, 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 danke. Ne, mach's gut dir. Tschüü, tschüüü. So, da waren's nur noch zwei. So, ich bin ja jetzt auch Besitzer der Party. Nein, ich heiße ja nicht Iceman862 auf der Plastik. Du musst ja einfach mal eingeben, Ausrufezeichen, PSN und das alles klein. Dann kriegst du schon mal ein PSN-Dick raus. Dann kann man's einstellen, ja? Ja, ja, also wenn du ein Nightbot drin hast, dann kannst du auch deine Commands persönlich einstellen. Das ist bei mir halt mit YouTube, Facebook und PSN halt. Cool, cool. Deswegen nutze ich halt den Nightbot. Und nicht irgendwie so den Witzebot, wo du halt nur eine Sache hast. Oh, DJ Ice. Ja. Ice Ice Baby. Uts, 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 uts. Wie ist denn das? Du, bevor wir kämpfen, hier nochmal reparieren, oder? Was? Nichts reparieren. Nichts reparieren. Okay, gut. Ich mach jetzt die Challenge fertig. Nebel, bist du noch da? Ja, ich hab robusten Stahl. Schön robusten... ...guten... ...Stahl. Ich wollte hier erst sagen, den guten... ...ne? Kruppstahl. Ey, jetzt hab ich's ja doch mal gesagt. Hast's mitgekriegt. Ey, du fliegst dann mit deiner Karre direkt rüber. So, ich fahr mal zur anderen Seite der, der ollen Scheiß Bahn. Ja, mach das. Was meinst du? Sollen wir den einen Strich hier einhalten? Der hier so fast mittig durchführt? Ja... So, Nebel, bist du noch da? Ja... Sag mal Nebel, ey. Ach so, das ist... Ich muss mal in deinem Stream hören. Wer ist hier am... ...Strich? ...und bist du noch nicht nicht... ...und... 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 Mache ich auf jeden Fall Facecam damit an. So, aber du hast hier bei mir irgendwie kein Video gerade. Bei mir läuft es einmal einwandfrei. Iceman862, oder? Ja, eigentlich schon. Gut. Habt ihr Lust, beim Finale von Pacific mitzumachen? High-Mission habe ich sowieso mal Bock drauf. Und was hast du meinen anderen Socken gesehen? Nein, habe ich leider nicht, weil ich habe selber zwei Stück an. So, Ghost, bei drei geht's los. So, das sieht schon aus, ne? Ja. Eins, zwei, drei. Schön in einem Strich, ne? Ja, genau. Was weiß ich nur für einen Strich? Das ist ein Lutscher, ne? Das ist ein Lutscher. Es ist unglaublich, ja. Sorry, Maxi, dass ich dir dein Auto kaputt gemacht habe. Tut mir leid. Sorry, sorry, sorry. Ich glaube, es ist ja nicht. Ja, das war Betrug, mein Freund. Er weiß es nicht. Ich habe mich mit einem pinken Blümchen drauf zur richtigen Mädchensocke. So, ich versuche mich jetzt erst mal wieder ein richtiges Auto. So, ja, komm, hau raus. Er kann es nicht fassen. Ich fasse es nicht. Ah ja, stimmt. Der Multitwitch, ne, der ist jetzt, äh, eigentlich weg, ne? Dann muss ich ihn wieder ausmachen. Jetzt. So, ähm, wer sagte, genau, Maxi, kannst du vielleicht in die Party mit reinkommen, wenn du Bock hast? Ich habe da eigentlich schon mal eine Einladung geschickt für die Party. Für die olle Party. Ich mache das jetzt auch einmal. Genodamien, Just Cause 3, erkundet die Insel. Ja, ja, bla 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 bla. Guck an, da ist ja der Maxi in der Party. Da ist er ja. Kennst du diesen Hans Entertainer im Moment? Ja, welchen denn? Ich kenne gar keinen. So, Maxi, du hast ja für die Heißmission vorgeschlagen. Kriegst du noch jemanden zusammen? Äh, kriegst du noch jemanden in die, äh, in die Lobby rein? Ich traue mich, vielleicht könnte sich ja einer von meinen Zuschauern ja noch bereit erklären. Naja, aber was machen mit Kuruma-Klötchen oder irgendwas? Da hast du das Apartment, oder? Ich aber. Zack. So, hä? Nee, ich auch nicht. Oh, das Liesgeil. Ähm, ja. Ja, wenn du noch Bock hast, kannst du gerne mit dabei sein. Weil das sind wenig vier, dann passt das auch für die Heißmission. Okay, er kommt gleich on. Das ist schon mal geil. Sagst du denn gleich Bescheid, wenn du online bist? Dann kann ich dich mal schon mal einladen. Okay, ich bin geil. Oh, dass ich die Heißmission. Oh, okay. Okay, ich bin noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen. Okay, ich bin noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen. Oh. Boah, das war göttlich. So arschknapp wie das war, ey. Haha. Wird nehmlich noch ein bisschen Kuhle. Okay. Ein paar Sekunden noch, dann lade ich dich ein. Muss erst mal hier mein Hütchen reinfragen. Ich hab 17.000 Kuhle eingefahren. Wer hat denn mich hier eingeladen? Ich noch nicht. Ähm. Pinkes Einheun. Moin, ist alles klar bei dir? Wo ist denn der? Oh, wo ist denn der? Boah. Schülerladung senden. Einhorn. Pinkes Einhorn. Nein. Auf jeden Fall ein geiler Name, muss ich sagen. So, dann machen wir mal die Putty mal komplett hier. Jo, bei mir ist auch alles soweit in der Ordnung. Jo, bei mir ist auch alles soweit in der Ordnung. Junge. Tschüss.